Stufenaufbieg Ganz aufgeladen Stufenaufbieg 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 Ich bin zum Sterben, Kurt. Richtig. Ich hab's noch. Unaufheißer. Die meisten Leute heutzutage spielen Weltraum, Schach oder Alien, ärgere dich nicht. Ich für mein Teil liebe Klassiker wie Himmelstein schmettern. Lust auf eine Partie? Alles klar, Retro-Spiel wird gestartet. Blaster-Tron. Troning Thunder. Bruiser-Cruiser. Shield Shredder. Scratch-Shooter. Dr. Crankcase. Verschaffen. Spielzeit. Spielzeit. Krankenstein. 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 Kross-Troll. Wow, kaum zu glauben, dass jemand überhaupt noch weiß, wie man Himmelstein schnell ans Spiel ist, geschweige denn, wie man mich schlägt. Ich herrscht. Frech, Danny. Geht nach Einheit und Signals abgeschlossen. Flash the Kron. Beide Macht, Brext. Du bist eine Mühle, Kron. Blastatron besiegt. Du hast einen Schurken für einen neuen rätselhaften Element besiegt, Portalmeister. Vielleicht kann ich dir mehr davon erzählen. Irgendwann. Dein Grund, eine Schaltplatte zu aktivieren, geht ja unter 11, alles durchgerechnet und die einzige Lube-Signal end ist. Hier ist das Wunschkonzert mit DJ Joe Will. Schuss der Wunschkonzert mit DJ Joe Will. Gehto! Bei 1.0. Messer, schau! Das scheinen wirklich Pläne zu sein. Komisch, dass sie einfach hier so rumliegen, aber egal. Die Pläne ist ein ganz großer Wissen, aber gibt seine Junker-Vorstellung. Bei Small Trinkfinger, du hast es geschafft! Du hast die Gräne gefunden! Jetzt müssen wir nur noch die Energieleitungen von außen zerstören. Jetzt, ja jetzt, ja genau jetzt! Der große, böse Buller macht sich bereit, das lauteste Konzert der Geschichte zu übertragen. Überall in den Skylands! Oh, oh! Das heißt, wir müssen von diesem Ding runter und in unser Schiff! Schnell! Das war ziemlich schnell! Okay, Skylands! Lasst uns rocken! Ach, 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 ach! Laut diesen Plänen müssen wir nur die Energieleitungen zerstören, die den großen, bösen Brüller antreiben. Lass uns das machen! Okay, Skylander! Zeit, mit dem Schießen anzufangen! Schieß einfach durch diese Gartenfeld! Sie schießen zurück! Ich konnte es nicht! Juhi, juhi! Du bist abgelaufen, Skylander! Juhi, juhi! Die Schacht! Oh, meine Gott, das zieht jetzt auf und mal. Wir müssen noch mehr Leitungen zerstören. Und das ist ein Eckbohr typisch eine Höhe, die immer gibt es noch eine Leitung. Und dieser Kraft, welches recht, wird die Leitung schicken, wenn du siehst. Oh, meine Energie wird auch die Wolkenkampf groß und blöde, oder ganz schnell ein kleiner Darmkrieg. Schießt einfach auf diese Leitung. Ein Einer, meine Kindheit wird verschoben. Wir haben die Energieversorgung des großen bösen Brüllers unterbrochen und das Konzert ist abgesagt. Wir haben es geschafft! Hurra! Da wäre doch die Sache mit dem Fangen vom Imperator Wolfgang. Das überlasse ich aber dir, Herr. Ja, er macht mir Angst. Gut! Sieh mal einer an. Wer kommt denn da zu meinem Konzert? Etwa 10.000 Jahre in der Zukunft? Weißt du, es ist kein Ende. Wir müssen nicht kämpfen. Zusammen könnten wir hier herrschen. Hier gibt's kein Chaos, keine Schicksalsräuber und die Pizza wird in spätestens 30 Sekunden geliefert. Na, lassen Sie ihn einfach kämpfen! Wolfgang!